Wir haben den 31. Mai 2022, jetzt ist hier noch ein Spatz und vor kurzem ist hier eine Schwalbe vorbeigeflogen, sie liegen dort ganz tief und eine Amsel hier oben durch. Also jetzt gerade eigentlich. Ich will mir kurz schauen, ob sie noch hier ist. Nein, sie ist nicht mehr hier. Vielen Dank. Jakis, pointers.